Achso, rein und rausstecken mein sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also P gleich U² durch R, die Spannung, die hier relevant ist, ist die Spannung, die am Verbraucher oder in dem Fall eben an der Hochspannungsleitung abfällt. Das wäre die in der Hochspannungsleitung verbratene Leistung. Aber hinter der Hochspannung, da kommt ja hoffentlich der Verbraucher und an dem soll die meiste Spannung abfallen. Ja, also B wäre richtig gewesen. Haben wir noch eine, ach ja, haben wir noch eine, eine Aufgabe zum Gaus-Gesetz. Eine Aufgabe zum Gaus-Gesetz. Das Gaus-Gesetz, das wird uns verfolgen bis zum Ende, also das kann ich Ihnen versprechen. Ob ich jedes Mal eine Umfrage dazu erfinden kann, weiß ich nicht. Aber hier nochmal eine. Wir betrachten, tatsächlich sind es zwei. Betrachte eine unendlich ausgedehnte gleichmäßige Platte. Also das soll diese Platte sein, die ist unendlich ausgedehnt. Diesmal habe ich es sogar angedeutet, dass die also nach oben und nach unten weitergeht. Und auch aus der Zeichenebene heraus und in die Zeichenebene hinein. Und die soll gleichmäßig geladen sein, also eine homogene Ladungsdichte. Oder in anderen Worten, die Ladungsdichte roh, Ladung pro Volumen, ist konstant über diese Platte. So, und die erste Frage wäre, wie groß ist das elektrische Feld auf der Symmetrieebene, die hier so gestrichelt gezeigt ist. Die geht natürlich auch von oben nach unten ins Unendliche und auch rein und raus Unendlich. Und die, es gibt drei Antwortmöglichkeiten, also E gleich 0, dann E gleich Q durch 2Y0 und da unten dann E gleich Q durch 2YR durch Y0. Ja, Sie sind dran. Ich hatte ja schon einiges geredet hier. Also ich denke, dass 15 Sekunden erreichen sollten. Selbst wenn man die Latenz hier noch mit einbezieht. Wie weit sind wir denn schon? Fünf Sekunden noch. Drei, zwei, eins. Und wir haben ein Ergebnis. Ja, die allermeisten haben das richtig gesagt. Das elektrische Feld auf der Symmetrieebene ist gleich 0. Und infolgedessen erwarte ich auch, dass Sie alle die nächste Umfrage ebenfalls richtig beantworten. Nämlich, es reicht nicht, das zu wissen, auch in einer mündlichen Prüfung reicht es nicht, einfach die richtige Antwort zu wissen. Man muss auch wissen, warum. Ja, also warum. A, man kann es mit dem Gauss-Gesetz beweisen. B, aus Symmetriegründen. C, man kann es mit dem Superpositionsprinzip beweisen. Und dann eben alle Kombinationen hier. A und B, A und C, B und C oder alle drei zusammen. Da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ja, sagen wir 20 Sekunden oder 25. 25. So, wie weit sind wir denn schon? Zehn Sekunden noch. Fünf noch. Drei, zwei, eins. Und schauen wir uns an, was da rauskommt. A, B und C hat die Mehrheit gewonnen. Die Mehrheit hat ausnahmsweise auch recht. Ah, was heißt ausnahmsweise? Hier bei Ihnen natürlich meistens recht. Ja, man kann es also mit allen dreien beweisen. Und ja, wenn es da noch Fragen dazu gibt, dann gerne im Tutorium heute Abend. So, machen wir weiter mit dieser Vorlesung. Und zwar schon so ein bisschen im Hinblick auf die erste Umfrage, wo ich über diese Hochspannungsleitung gefragt habe. Es geht um reale Stromquellen. Und zwar folgendes. Wir haben hier so eine reale Stromquelle. Wir fangen gleich mit dem Experiment an. Das ist einfach hier so ein 9-Volt-Block. So ein 9-Volt-Block, der kann nicht besonders hohe Ströme liefern. Denn so ein 9-Volt-Block, der besteht einfach, naja, oft zumindest einfach aus vielen Knopfzellen, die in Serie geschalten sind. Also wenn man den aufschneiden würde, diesen 9-Volt-Block, dann würde der so aussehen. Und wenn ich den also jetzt natürlich, wenn ich da die Spannung messe, dann zeigt der 9 Volt an. Aber wenn ich hier die Stromquelle, also dieses Lämpchen mit dieser Stromquelle, mit diesem 9-Volt-Block betreibe, dann sehen Sie, dann bricht hier die Spannung eins, so der Jargon. Also die Spannung von diesem 9-Volt-Block, die ist plötzlich viel kleiner geworden, nur dadurch, dass ich hier was tue, was eigentlich der Job von so einer Stromquelle sein sollte, nämlich gefällig Strom zu liefern. Sobald dieser 9-Volt-Block da hier ein bisschen mehr Strom liefern muss oder soll, geht seine Spannung zurück. Also schauen wir uns das kurz an. Und ja, ich will es gar nicht ganz vorrechnen. Ich möchte bloß, ja, ich möchte bloß dieses Thema hier einführen, denn im Prinzip ist es klar, was hier passiert. Und ich habe dieses Kapitel auch deswegen, um diesen Begriff der elektromotiven Kraft einzuführen. Das ist bloß ein Begriff, aber es bietet sich eben an, den hier in diesem Kontext einzuführen. Also erstens, erstens Definition. Die elektromotive Kraft. Das ist ein altertümlicher Begriff, aber manche altertümlichen Begriffe, die halten sich halt. Und wenn man die heute hört, dann würde man damit, ja, allein von dem, von den Worten würde man da vielleicht was anderes mit verbinden. Also diese EMK, die ist ganz einfach die stromlos gemessene Klemmentspannung zum Beispiel der Batterie, also das, was ich hier gemacht habe, bevor ich das Lämpchen eingeschalten habe. Also das ist die stromlos gemessene Klemmentspannung einer Stromquelle oder Spannungsquelle. Zum Beispiel einer Batterie. Und Sie sollten wirklich nicht versuchen, aus diesem Begriff da viel zu machen. Der kommt also tatsächlich aus der Geschichte. Es war im 19. Jahrhundert, da hat es eine Zeit lang gedauert, bis man diese Begriffe Energie, Entropie und so weiter eingeführt hat. Lange Zeit hat man Kraft verwendet für das, was man heute Energie nennen würde, aber auch das würde hier nicht passen. Also elektromotive Kraft, das ist halt eine Spannung und eben keine Kraft oder Energie, die man heute in Newton oder Joule, beziehungsweise Joule messen würde. Ja, diesen Effekt hier, den kann man relativ einfach erklären. Ja, was heißt relativ einfach erklären? Den kann man sehr einfach erklären, indem man ein Ersatzschaltbild, das ist also ein weiterer Begriff, der heute sozusagen eingeführt wird, ein Ersatzschaltbild für diese reale Stromquelle, also in dem Fall eine reale Batterie, keine idealisierte Batterie einführt. Und zwar ist eine reale Stromquelle eben als Serienschaltung einer idealen Stromquelle, das wäre für dieses Symbol und einem Widerstand, ja, also so kann man also eine reale Stromquelle modellieren. Das schreiben wir uns kurz auf, ja, eine reale Stromquelle kann als Serienschaltung einer idealen Stromquelle und einem Widerstand, dem Innenwiderstand und einem Widerstand. Das ist also der Innenwiderstand modelliert werden, so Ende der Satz. Ja, und nun ist die Sache ganz klar. Nun können wir also verstehen, was hier in diesem Experiment passiert ist. Wenn der Strom hier höher wird, dann fällt an diesem Widerstand immer mehr Spannung ab. Also wenn ich diesen Widerstand hier kleiner mache, dann wird der Strom hier höher. Dadurch fällt hier eine höhere Spannung ab und für diesen Widerstand bleibt eben dann nur noch ein kleinerer Rest. Das ist also genau das, was wir hier gesehen haben. Ja, also wir haben die Spannung hier an diesem Widerstand gemessen. Ja, also genauer, wir haben also hier gemessen, aber das ist ja das Gleiche als den hier zu messen. Ja, dazu ebenfalls eine Umfrage. Die Umfrage, da sollen Sie mal, oh, das war falsch rum. Ach, die können wir auch machen. Ja, also machen wir zuerst die und schauen uns dann die Umfrage zum Innenwiderstand an. Die Kirchhoffsche Knotenregel, Sie erinnern sich an die Kirchhoffsche Knotenregel von der letzten Vorlesung. Die Kirchhoffsche Knotenregel folgt aus der Existenz eines Potenzials, ist die eine Antwort, aus der Energieerhaltung, aus der Ladungserhaltung. Ich denke, das ist eine leichte Frage. Ja, also zehn Sekunden noch. Fünf noch. Drei, zwei, eins. Schauen wir mal an, was da rausgekommen ist. Aus der Ladungserhaltung. Ja, also das schaut ganz gut aus. Aus der Ladungserhaltung, das ist richtig. Aus der Existenz eines Potenzials, das war die Maschenregel. Hier hatten wir ja die Geschichte, dass, naja, mehrere Drähte hier zusammengelötet sind, so wie es auf der Skizze zu sehen war. Und dass der Strom, also die Ladung pro Zeit, die in diesen Knotenpunkt reinfließt, die muss da auch wieder rausfließen und umgekehrt. Ja, das ist also ganz kompliziert und umschrieben, was eben Ladungserhaltung in einem Wort sagt. Also aus der Ladungserhaltung ergibt sich das. Manche werden jetzt vielleicht sagen, was stellt der uns für Kindergartenfragen. Aber täuschen Sie sich nicht. Also diese Frage, die habe ich mehrfach in Prüfungen gestellt. Und ja, wenn ich da auf Erhaltung dann hinaus wollte, dann kam oft genug Energieerhaltung. Ich habe mich immer sehr gewundert über solche Antworten. Ja, und wie gesagt, aus Prüfungen, die inspirieren mich zu solchen Umfragen. So, jetzt hier die versprochene Aufgabe zum Innenwiderstand. Wie groß muss der Widerstand R, also Groß-R, eines Verbrauchers im Vergleich zum Innenwiderstand Klein-R sein, um die maximale Leistung im Verbraucher zu bekommen? Ja, also die Idee wäre jetzt hier, wie muss ich dieses R wählen, damit hier die maximale Leistung verbraten wird? Gut, drei Möglichkeiten, andere gibt es nicht als diese drei. Klein-R gleich Groß-R, also der Innenwiderstand ist gleich dem Widerstand des Verbrauchers. Dann Klein-R viel größer als Groß-R und schließlich Klein-R viel kleiner als Groß-R. Jo, 20 Sekunden noch. So, fünf noch. Drei, zwei, eins, schauen wir an, was rausgekommen ist. Ja, also Klein-R viel größer als Groß-R. Da denke ich, dass die Betreffenden da einfach vertan haben. Ja, also wenn der Innenwiderstand sehr groß ist verglichen mit dem Verbraucher, dann fällt ja am Innenwiderstand die gesamte Spannung ab oder fast die gesamte Spannung. Ja, also da kriege ich dann sicher nicht die maximale Leistung in den Verbraucher. Und die richtige Antwort ist tatsächlich die erste. R, Klein-R gleich Groß-R. Ja, also, und das ist eine schöne Übungsaufgabe, das auszurechnen. Man bezeichnet das auch als Impedanzanpassung. Das ist für Widerstände, insbesondere wenn es dann später um Wechselstromwiderstände geht, verwendet man also auch den Begriff der Impedanz. Das ist nichts anderes als ein Wort, soweit ich weiß, das ein bisschen gelehrter klingt. Ja, und wenn die beiden gleich groß sind, dann kriegt man also da die maximale Leistung in den Verbraucher. Wie gesagt, ich will es nicht vorrechnen, das wäre eine Übungsaufgabe. Ja, kommen wir zum Abschluss dieses Kapitels, nämlich zu galvanischen Elementen und Batterien. Und das ist eine spannende Geschichte, die ich auf Folien hier zeigen möchte. Hier sehen Sie Galvani, Luigi Galvani. Das war ein, ja, der hat erstmal Theologie studiert, dann Medizin, Anatomie studiert. Und irgendwann hat er also Experimente gemacht mit Froschschenkeln. Der hat also Froschschenkel seziert. Die haben ja diese ausgeprägten Nervenbahnen. Und hat die bei sich zu Hause, man sagt, auf dem Treppengeländer aufgehängt. Und dann kam ein Gewitter und dann haben diese Froschschenkel gezuckt, wie da der Blitz irgendwo in der Nähe eingeschlagen ist. Und die Berichte gehen, dass Galvanis Frau da gekreischt hat vor Schrecken. Also, dass diese Froschschenkel, diese toten Froschschenkel da auf einmal anfangen zu zucken. Und für Galvani war das, ja, war das der Anstoß für weitreichende Forschungen. Er hat sich dann also diese Froschschenkel angeschaut und hat gemerkt, also da, wenn er mit seinem Sezierwerkzeug da an diesen Nervenbahnen da rumfummelt, dass dann die Froschschenkel manchmal auch zucken. Und die Leute waren, erlauben Sie mir die Plattitüde, die waren elektrisiert von diesen Phänomenen und die haben Galvani berühmt gemacht. Und ja, man hat geglaubt, dass man dem Geheimnis des Lebens auf der Spur wäre. Denn Galvani hat geglaubt, dass die Elektrizität, dass die aus dem lebenden Organismus kommt. Vielleicht so ähnlich wie die elektrischen Fische, also der Zitterrochen und der Zitteraal. Das hat gut in die Zeit gepasst damals. Es gab also die naturromantische Bewegung. Also viele, insbesondere auch in Deutschland, haben so ein naturromantisches Verständnis der Physik gehabt. Goethe ist da ein Beispiel. Ein anderes Beispiel werde ich noch nennen. Und das waren also alles Leute, die auch Schwierigkeiten damit gehabt haben oder mit der Idee gehabt haben, die Physik mathematisch zu fassen. Und das hat dann, ja, also hier haben wir das Daniel-Element. Die sind dann später also natürlich entsprechend weiterentwickelt worden. Also da ist eine, die galvanischen Elemente, die haben also wirklich der Elektrizität zum Durchbruch verholfen. Denn man hat kurze Zeit später, nachdem man also das so einigermaßen verstanden hat, auch die ganzen Missverständnisse der sogenannten Galvanisten aus dem Weg geräumt hat. Es war insbesondere Alessandro Volta, auf den wir noch kurz zu sprechen kommen werden, der herausgefunden hat, dass Galvani vollständig falsch lag mit seiner Vorstellung, dass das tierische Elektrizität sei. Volta hat nachgewiesen, dass man diesen galvanischen Effekt genauso gut mit vollständig anorganischer Materie zeigen kann, dass man also Batterien aus anorganischem Material bauen kann. Zeigen wir zunächst ein Experiment dazu. Frau Richter hat das sehr schön und ästhetisch hier aufgebaut. Wir sehen also hier zwei galvanische Elemente hier. Hier haben wir also eine Kupferelektrode und hier eine Zinkelektrode. Und damit die Spannung ein bisschen höher wird, haben wir das in Reihe geschalten mit einem identischen zweiten Element. Und wenn man also da jetzt die Spannung misst, dann kommt da ein halbes Volt, bringt diese einfache Batterie. Wenn der Innenwiderstand dieser Batterie niedriger wäre, dann würde das hier auch mehr anzeigen. Über Daniel haben wir schon geredet. Hier ist das Ganze also praktisch gleich nochmal aufgebaut. Ebenfalls Kupfer und Zink, aber hier eben mit einem besseren Elektrolyten. Und was da dann rauskommt, sind ungefähr 1,1 Volt. Das ist also hier ein Daniel-Element. Und diese Daniel-Elemente, die waren sehr wichtig, was die ersten Anwendungen der Elektrizität betraf, nämlich die Telegrafie. Also was sind galvanische Elemente? Galvanische Elemente, das ist das, was wir hier gesehen haben. Galvanische Elemente, wir haben also zwei verschiedene Metalle. Das ist das Entscheidende daran. Wie sie funktionieren, werde ich gleich noch versuchen zu erklären. Ja, also nochmal zu dem Daniel. Daniel, der hat dann also angefangen, sehr leistungsfähige Batterien zu bauen, auch indem man mehrere hintereinander geschalten hat, in Serie geschalten hat, sodass die Spannung höher wird. Er hat sie so gebaut, dass sie sehr, sehr hohen Strom liefern können. Und er konnte dann mit seinen Daniel-Elementen so hohe Ströme produzieren, dass man da mit Metall schmelzen konnte. Es gab so riesen Funken, also dass man da erste Schweißphänomene gesehen hat. Und das hat natürlich auch einen Haufen UV-Licht erzeugt. Damit hatte man nicht gerechnet. Und alle Leute, die dann beteiligt waren, hatten danach Sonnenbrand und Augenschäden. Also das sind die Preise, die der Fortschritt der Wissenschaft manchmal verlangt, wenn man eben was völlig Neues entdeckt und dabei eben dann auch völlig neuen Gefahren zuweilen ausgesetzt ist. Also Daniel, der ist auch bekannt vom Daniel-Hahn. Das ist das, was man im Schweißbrenner verwendet. Da wird also Sauerstoff und Wasserstoff, die werden da eben zusammengeleitet, und so, dass es da also diese Knallgasreaktion gibt. Und damit kann man dann eben Stahl schweißen. Also mit solchen Fragen hat sich Daniel befasst. Wie funktioniert jetzt so ein Danielsches Element? Wir haben hier einen Elektrolyten, also zweifelsfalls eine Säure. Und da hat man also hier so eine poröse Wand hat man da drin. Das war das, was wir hier, wir sehen es vielleicht hier noch, diese poröse Wand. Das war das, was also hier drin gesteckt hat. Bauen wir es doch noch mal kurz zusammen. Also wir brauchen ja nicht die Säure reintun. Das war also die Zinkelektrode hier, dann hier diese poröse Wand und dann hier die Kupferelektrode. Also wir haben das hier konzentrisch aufgebaut, was auf der Folie dann hier nebeneinander zu sehen ist. Also gehen wir zurück auf die Folie. Was passiert jetzt in dieser galvanischen Zelle? Zunächst mal verbinden wir die beiden Pole nicht miteinander. Das ist also schön getrennt hier voneinander. Und was dann passiert ist, aufgrund einer Oxidationsreaktion, Oxidation bedeutet ja, dass hier auf der linken Seite die Zinkatome Elektronen abgeben und die gehen dann in Lösung. Also das sehen Sie hier, das sind also die Elektronen. Wir werden also eine negativ geladene Platte hier haben und Zinkionen gehen hier in Lösung. Genau dasselbe passiert auf der anderen Seite. Bloß nicht ganz so heftig wie auf dieser Seite. Es passiert also auf dieser Seite beim Zink sehr viel stärker als auf dieser Seite. Einfach deswegen, weil, um es umgangssprachlich auszudrücken, weil Kupfer das edlere Metall ist. Es hat eine höhere Elektronenaffinität, behält die Elektronen lieber. Ich hatte gesagt, Oxidation ist Elektronenabgabe. Oxidiert also nicht so leicht das Kupfer. In anderen Worten ist es edler. Also wir werden hier eine stärker negativ geladene Zinkplatte haben als eine Kupferplatte. Und wenn wir jetzt hergehen und die beiden hier miteinander verbinden, dann wird es so sein, dass der Elektronendruck ist hier sozusagen größer, dass Elektronen hier von der Zinkelektrode zur Kupferelektrode fließen. Also von der Zinkelektrode zur Kupferelektrode fließen die Elektronen. Das bedeutet also, dass der Strom, der technische Strom, also die positiven Ladungsträger, die fließen also in die andere Richtung, in anderen Worten, die Kupferelektrode ist der Pluspol. Und dann braucht man natürlich Ladungsaustausch und der findet hier über diese Membran statt. Da tauschen sich also die Ionen aus. Okay, so funktioniert also ein galvanisches Element und ja, können wir uns kurz aufschreiben oder ich komme gleich noch zu den Fehlentwicklungen, die sich damals ergaben. Die Vorstellung, dass man das Leben, also dass man dem Leben auf der Spur war, die war so attraktiv für die Leute, dass er sich von der eindeutigen wissenschaftlichen Evidenz, die zum Beispiel Volta geliefert hat, aber auch Daniel in England, dass man sich da nicht so schnell davon verabschieden wollte. Und eine besonders problematische Rolle hat ein Neffe Galvanis gespielt, Giovanni Aldini. Der hatte die Vorstellung, ja, je höher entwickelt das Lebewesen ist, desto stärker müsste doch diese elektrische Kraft sein. Und das hat ihm schließlich zu dem Gedanken geführt, er war nicht der Einzige, der solche Versuche gemacht hat, diese Versuche an Hingerichteten durchzuführen. Und das ist in der Literatur dokumentiert. Also hier sehen Sie ein berüchtigtes englisches Gefängnis. Und da wurde George Foster, ein Mörder, hingerichtet. Und Aldini hat am frisch Hingerichteten dann Experimente durchgeführt. Das hat natürlich dazu geführt, ja, dass die Leiche Erzuckungen gezeigt hat und so weiter und so fort. Wissenschaftlich völlig wertlos, aber die Leute haben das eben damals geglaubt. Ja, so eine Hinrichtung, das ist ja eine üble Geschichte. Nicht bloß für den Verurteilten, sondern sicher auch für diejenigen, die es durchführen und bezeugen müssen. Und der Chirurg, der für diese Tätigkeit eingeteilt war und dass er auch noch diese Versuche da mitbekommen hat, der ist nach Hause gegangen und an einem Herzinfarkt gestorben. In Preußen sind diese Versuche dann schnell verboten worden. Man hat das also nicht für, ja, also die wissenschaftlichen Fragestellungen, zumindest nicht für so relevant gehalten, als dass sich das gelohnt hätte. Auf der anderen Seite, ja, also Aldini war zu seiner Zeit durchaus ein hoch angesehener Wissenschaftler. Er ist zum Beispiel in die Bayerische Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden, aufgrund seiner Verdienste. Ja, schreiben wir uns kurz ein paar Geschichten aus auf zu galvanischen Elementen. Ja, also Galvani ist auch heute noch ein, ja, ein mehr als hoch angesehene, eine mehr als hoch angesehene Figur in der Geschichte der Wissenschaft. Er hat diese Entdeckung gemacht, er hat sie, er hat sie falsch eingeordnet und, ja, trotzdem ist also sein, sein Name einer der größten in der Geschichte der Physik interessanterweise. Gut, also 5.10. Galvanische Elemente. Ich werde es also ganz grob hier abhandeln. Also erstens verschiedene Metalle oxidieren. Das heißt also, ist gleich, geben Elektronen ab. Also oxidieren verschieden stark oder, ja, verschieden stark, also geben verschieden leicht die Elektronen ab. Und daraus folgt, wenn zwei verschiedene Metalle verbunden werden, fließt prinzipiell Strom, ja, kann Strom fließen. Kann Strom fließen. das Einzige, was noch erforderlich ist, ist, wieder Ladungsausgleich zu schaffen. Kann Strom fließen, wenn man es schafft, für den Ladungsausgleich zu sorgen. Und das erreicht man mit einem Elektrolyten. Das erreicht man mit einem Elektrolyten. und das hat man auch sehr früh gemacht, nachdem also Galvani seine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat. und Alessandro Wolter habe ich schon erwähnt. Hier sehen Sie außerdem Christoph Heinrich Pfaff. Das war ein Mediziner, der hat in seiner medizinischen Doktorarbeit hat der das Gleiche gemacht wie Alessandro Wolter, sogar ein bisschen vor Wolter, aber er war eben keine so bekannte Figur, aber durchaus ein bekannter Wissenschaftler zu seiner Zeit. die haben einfach verglichen das Oxidationsvermögen von den verschiedenen Metallen, die haben also die verschiedenen Metalle verglichen und haben damit eine Spannungsreihe etabliert. Einfach indem man also sowas macht wie es wir hier mit der Zitrone gemacht haben und dann eben statt Kupfer und Zink eben Kupfer und Eisen kombiniert oder Eisen und Zink kombiniert dann das Ganze mit Aluminium macht und so weiter und so fort und natürlich auch mit Gold, Silber, Grafit und so weiter was man da alles nehmen kann Blei und damit kann man eben dann eine Spannungsreihe aufstellen welches Metall ist sedler als das andere und kann also hier die kann das also auch quantitativ machen welche Spannungen man an einer solchen galvanischen Zelle dann misst. und Wolter war das natürlich dann der der auf die Idee kam galvanische Zellen in Serie zu schalten das ist das was man heute Batterie nennt Sie wissen ja der ursprüngliche Begriff war der Batterie war dass man Leitner Flaschen parallel schaltet und der Begriff der kam ja aus der Artillerie also die die ursprüngliche Verwendung die liegt näher an der ursprünglichen Bedeutung von Batterie aber so ist es halt so hat sich der Begriff eingebürgert und hier sehen Sie wie Alessandro Wolter der ist hier zu sehen Napoleon ich glaube das ist die Figur ist ein bisschen klein hier für mich auf die Entfernung wie er seine Wolterische Säule vorführt Napoleon war ja immer interessiert an den neuesten Entwicklungen in der Wissenschaft und er war sehr beeindruckt von dem was Wolter ihm da vorgeführt hat also auch schon zu anderen Anlässen und hat Wolter eine hohe Pension gestiftet sodass also Wolter einen sehr angenehmen Lebensabend verbringen konnte aber auch hier in der Gegend gab es also eine bedeutende Figur nämlich Johann Wilhelm Ritter der hat mit Goethe zusammengearbeitet insbesondere auch zur Farbenlehre also Ritter hat das UV-Licht entdeckt in Zusammenwirken mit Goethe aber er hat eben auch ähnliche Versuche wie Pfaff und Wolter unternommen ebenfalls die Spannungsreihe möglicherweise schon vor Wolter erfunden gehabt eine ganze Reihe von anderen genialen Ideen gehabt aber er war eben auch so ein ja hat die Physik romantisch gesehen und wenn man also seine Texte liest also das ist alles ein bisschen schwer verständlich zumindest vom heutigen Blickwinkel wortreich Mathematik findet man keine aber wie gesagt eine ganze Reihe bedeutender Entdeckungen gemacht unter anderem die Elektrolyse also da sehen Sie hier den Aufbau dazu also offensichtlich der Sauerstoff hier der Wasserstoff hier gut schreiben wir uns noch ein paar Sachen auf zu galvanischen Elementen also wie sie funktionieren das hatte ich ja so hier dargestellt aber wir wollen hier noch ein paar Definitionen einführen und zwar den der Anode und der Kathode also Definition die Anode das ist die Elektrode an der die Oxidation stattfindet also in unserem Fall war das die Zinkelektrode ich hatte ja zunächst gesagt an beiden findet Oxidation statt aber sobald wir die miteinander verbinden fließen natürlich die Elektronen von der Anode zur Kathode das heißt also fließen die die Elektroden die fließen natürlich von der von der Kathode zur zur Anode also sobald wir die miteinander verbinden findet die Oxidationsreaktion nur mehr an der unedleren Elektrode statt und an der edleren findet das Gegenteil statt eben die Reduktion also die Elektrode an der die Oxidation stattfindet in der Elektrotechnik würde man das anders definieren da würde man sagen das ist die Elektrode die die Elektronen aufnimmt also das ist die chemische Definition und in der Elektrotechnik würde man sagen das ist die Elektrode die die Elektronen aufnimmt ja und die Kathode das ist also sozusagen das Gegenteil da findet da findet die Reduktion statt das wird also dann so sein in diesem Daniel-Element dass die Zinkelektrode dass die immer weniger wird während sich an der Kupferelektrode immer mehr Kupfer abscheidet aus dem Elektrolyten natürlich als letztes noch die Faraday Gesetze also Faraday eine wirklich unglaublich bedeutende Figur in der Geschichte der der Physik im Allgemeinen aber der Elektrotechnik oder Elektrizitätslehre im Besonderen ich will die nur ganz kurz hier formulieren Faraday hat herausgefunden er hat einfach diese Elektroden gewogen und er hat dann herausgefunden dass die Stoffmenge um die die Zinkelektrode leichter wird beziehungsweise die Kupferelektrode schwerer wird dass die proportional ist zur elektrischen Ladung also die Stoffmenge die Stoffmenge die die Anode verliert also die da in die Lösung geht beziehungsweise die Kathode gewinnt ist proportional zur Ladung zur ausgetauschten Ladung zwischen diesen zum geflossenen Strom also Strom integriert über die Zeit also zur ausgetauschten Ladung und das zweite ist man hat also über diese Danielschen Elemente oder über diese Galvanischen Elemente Menge Einblick auch in die Chemie gekriegt jedes Zink Atom in diesem Beispiel gibt zwei Elektronen ab jedes Kupferatom nimmt zwei auf es gibt natürlich andere Metalle die nur ein Elektron abgeben oder eines aufnehmen ich denke Silber gibt nur ein Elektron ab das heißt also die Wertigkeit die man aus der Chemie kennt die sogenannte Wertigkeit die kann man also aus diesen Experimenten bestimmen also die Stoffmenge die ist proportional Stoffmenge sollte ich nicht schreiben also die Masse müsste ich jetzt schreiben oben hatte ich Stoffmenge also die Zahl der Mole oder die Zahl der Atome die Masse ist proportional zu Atommasse mal Wertigkeit wobei Wertigkeit ist die Zahl der abgegebenen oder aufgenommenen Elektronen Zahl der abgegebenen oder aufgenommenen Elektronen bei der Oxidation beziehungsweise bei der Reduktion jo das ist genug Chemie würde ich sagen oder und ich denke wir es ist Zeit zur Pause ja dann sehen wir uns in fünf Minuten wieder bis gleich bis Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und tatsächlich waren solche galvanischen Elemente, die ganz speziell aufgebaut sind, das waren Spannungsnormale. Ich hatte Ihnen ja erklärt, dass heutzutage die Spannungsnormale aus dem Josephson-Effekt kommen, ein ganz raffinierter quantenmechanischer Effekt, wo man über eine Atomuhr, indem man eine Frequenz misst, kann man also da eine Spannung darstellen mit dem Josephson-Effekt. Das kannte man damals natürlich nicht, das kannte man damals noch lange nicht, da gibt es ja auch eine Firma, die die heutigen Spannungsnormale herstellt und ein Institut hier. Aber damals waren also die Spannungsnormale herstellt und wir können das also hier noch mal kurz betreiben, wir wollen das also nicht lange tun, um diese Zelle zu schonen. Ja, also die liefert also hier so ein Volt. Genau sind es 1,018. Ja und dann ist die Spannung, die dieses, oder die elektromotive Kraft, um das mal so auszudrücken, die dieses Element liefert. Die hat natürlich auch eine geringe Temperaturabhängigkeit oder eine gewisse Temperaturabhängigkeit. Dieses Element ist so konstruiert von Herrn Westen, ursprünglich ein Britte, der in die USA ausgewandert ist, soweit ich weiß. Der auch noch viele andere bedeutende Dinge erfunden hat, Spannungsmessgeräte, Strommessgeräte und so weiter und so fort und damit eine florierende Firma betrieben hat. Ja, also der hat also diese sehr speziell aufgebauten Spannungsnormale, die ab 1908 die Spannungsnormale waren und ich glaube, die waren das bis weit in die 50er Jahre, also für viele Jahre. Aber jetzt sind sie wohl, die sind natürlich schon längst abgelöst und vermutlich durch den Josephson-Effekt auch für immer. Ja, also wir haben ein Quantennormal, das heißt also ein Spannungsnormal, das also nur auf Naturkonstanten und der Messung der Zeit der Atomuhr beruht und wenn man dann die Naturkonstanten, wenn man die festlegt, ihnen eine feste physikalische Größe zuordnet, dann hat man also für alle Zeiten sozusagen auch die Spannung festgelegt. Eben auf Naturkonstanten zurückgeführt. Gut, kommen wir zum nächsten Kapitel, zum Kapitel 6, das Magnetfeld. Eine spannende Geschichte, das Magnetfeld. Man kann den magnetischen Effekt natürlich seit, ja, wahrscheinlich seit Zeiten, die älter sind als die Menschheit. Natürlich haben die Menschen bemerkt, dass es da gewisse Minerale gibt, die, ja, die sozusagen aneinander kleben und hat das früher oder später für bemerkenswert gehalten. Und die ersten, die zumindest in unserem Kulturkreis was dazu aufgeschrieben haben, das waren natürlich die Griechen. Und es hat dann allerdings eine ganze Zeit lang gedauert, bis man die Polarität entdeckt hat. Das hat in Europa zumindest bis ins Mittelalter gedauert. Ich komme gleich auf die Namen zu sprechen. Aber hier sehen Sie eben einen Versuch, mit dem man das schön demonstrieren kann. Und tatsächlich, wie ich in der Grundschule war, hat unser Lehrer, Lehrer Zahn, längst verstorben, hat uns das tatsächlich so erklärt. Also, dass die Hunde sich nicht Schnauze an Schnauze beschnuppern, sondern Schnauze an Hinterteil. So hat Lehrer Zahn damals die Polarität erklärt. So, jetzt haben wir also hier die Geschichte und ich komme also gleich zu einer Hauptfrage. Wie könnte man jetzt einen magnetischen Monopol erzeugen? Ja, also wir haben gesehen, also Polarität, da war ein Süd- und ein Nordpol. Kann ich also einen Nordpol alleine auch erzeugen und wenn, wie? Also Sie sehen ja, dass man diese Magneten, ja, da war kürzlich noch einer. Ja, dieser Magneten, also Sie sehen, es ist also so vereinbart, genauso wie man den Pluspol mit Rot anmalt und den Minuspol mit Schwarz typischerweise, wird der Nordpol üblicherweise in Rot gefärbt und der Südpol eben in Grün und jetzt wäre eben die Frage, wie kriege ich da einen Nordpol alleine hin oder eben einen Südpol alleine hin und das ist eben die Frage, die ich hier in der Umfrage stellen möchte. Wie lässt sich ein magnetischer Monopol, also eine magnetische Ladung erzeugen? Wir haben ja auch elektrische Dipole gehabt, indem wir also eine positive und eine negative Ladung zusammengebracht haben. Und die Frage wäre, können wir das machen, indem wir den zerschneiden? Ja, also nachdem ich keine große Metallsäge oder so einen Danielschen Schneidbrenner hier zur Verfügung habe, kann ich das Ding eben nicht durchtrennen, aber hier haben wir schon was bereit liegen, also hier mit einer Schere könnten wir es also versuchen oder wenn Sie meinen, dass das nicht geht, vielleicht mit einem Elektromagneten, der mit sehr schnellen Wechselströmen betrieben wird oder Sie könnten natürlich auch antworten, das weiß kein Mensch. Wir werden dann sehen, was stimmt. Ja, ich denke, das geht kurz, vielleicht auch nicht so ganz ernst gemeint. Ja, also ich glaube, so knapp 80 Prozent, gut 80 Prozent sagen, das weiß kein Mensch und das ist also tatsächlich auch die richtige Antwort. Magnetische Monopole hat noch nie jemand erzeugt. Also wenn ich jetzt hergehe und dieses Ding hier auseinanderschneide, das ist also tatsächlich Nord- und Südpol, Sie sehen also hier sozusagen die Magnetfeldlinien angedeutet, wenn ich das also jetzt hier auseinanderschneide, dieses Blech, dieses magnetisierte Stück Blech und wir legen das dann da wieder drauf und klopfen dann da oder streuen da noch ein bisschen was drüber, dann sieht man, dass das also wieder ein, naja, das sieht man nicht besonders gut heute. Ja, also man sieht schon, dass sich das mit ein bisschen gutem Willen sieht man, dass sich das also hier so ausrichtet, wie sich das, also das ist jedenfalls, was wir auf jeden Fall nicht sehen, ist, dass das also so strahlenförmig weggeht, wie man es also bei einer isolierten Ladung erwarten würde. Die andere Geschichte, die die Menschheit natürlich sehr früh festgestellt hat, ja, sehr früh, so früh ist es auch wieder nicht, es waren offensichtlich die Chinesen, die das als erstes festgestellt haben, dass man also mit einem magnetisierten Stab, dass man, dass sich der in der Erde aus, im Erdmagnetfeld ausrichtet, also dass die Erde auch ein Magnetfeld hat und das sehen Sie also hier an dieser Magnetnadel, die sich hier in Nord-Süd-Richtung ausrichtet. Gut, darin könnte ich also gleich die nächste Frage anschließen. Das ist schon ein bisschen, die ist schon ein bisschen raffinierter. Also wir haben jetzt gesehen, dass wir ein Magnetfeld haben, also offensichtlich haben wir ein Vektorfeld. Ja, also haben Sie ja gesehen, also die Magnetwirkung, die gibt es im Prinzip im ganzen Raum. Also haben wir ein Vektorfeld, das da irgendwo im ganzen Raum existiert und entsprechend könnte ich jetzt natürlich sagen, ich nehme da so eine Gauss'sche Fläche, also meinetwegen also hier um dieses Ding da rum und ich rechne jetzt nicht den elektrischen Fluss aus, sondern B mal dA, also den magnetischen Fluss. Ja, und die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt in diese Gauss'sche Fläche, wenn ich da ein Magneten reintue, dann kriege ich natürlich einen gewissen magnetischen Fluss durch diese Gauss-Fläche. Und jetzt die Frage, wenn ich also noch einen zweiten identischen reintue und den also auch parallel dazu ausrichte, was passiert mit dem magnetischen Fluss? Bleibt er gleich? Also der magnetische, also der Betrag des Integrals, dieser magnetische Fluss durch die geschlossene Oberfläche bleibt er gleich? Oder vergrößert er sich aufs Doppelte, weil ich zwei habe? Oder vergrößert er sich aufs Vierfache? Ja, denken Sie mal kurz nach. So, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ändert sich nicht. Das sagt die Hälfte oder so. Ändert sich nicht. Doppelte und das Vierfache, ja, so ungefähr jeweils 20 Prozent. Das sind 60 Prozent, die sagen, es ändert sich nicht. Und warum sagen Sie das? Das ist richtig die Antwort. Denn der magnetische Fluss durch eine geschlossene Oberfläche, der ist gleich Null. Und das sehen Sie hier. Wenn wir stets, das zeigt nochmal den elektrischen Dipol, wenn wir es nicht schaffen, einen magnetischen Monopol herzustellen, sondern wenn wir zu jeder positiven magnetischen Ladung, die nennen wir Nordpol, immer eine negative magnetische Ladung haben, die nennen wir Südpol, dann ist natürlich klar, wenn wir uns die Feldlinien anschauen, also die magnetischen Feldlinien fangen beim Nordpol an, hören am Südpol auf und Sie legen also da jetzt eine geschlossene Oberfläche da drumherum, dann ist klar, dass jeweils genauso viele Feldlinien rausgehen wie reingehen, dass also der netto-magnetische Fluss, der gesamte magnetische Fluss, also der Wert dieses Integrals gleich Null ist und da kann ich jetzt einen Magneten reintun, also ein Paar positiver und negativer magnetische Ladungen oder zwei Paar oder tausend Paare oder 10 hoch 23 solche Nord-Südpol-Paare. Ja, damit sind wir mit diesem Kapitel eigentlich schon am Ende, denn wir haben die Maxwell'sche Gleichung, die diese Magneten beschreibt, haben wir schon gefunden. Es war im elektrischen Fall so, dass der elektrische Fluss gleich der eingeschlossenen Ladung ist durch Epsilon Null und beim magnetischen Fluss, da stellt sich eben raus, dass da einfach Null rauskommt. Also dieses Integral BDA über eine geschlossene Oberfläche ist gleich Null. Das ist das Maxwell'sche Gesetz, das für das Magnetfeld zuständig ist. Und weil das so trivial ist, hat dieses Gesetz keinen richtigen Namen in der Literatur. Ich habe mal vorgeschlagen, ich habe mal angeboten, dass ich da meinen Namen zur Verfügung stellen würde, aber das wollte sich auch nicht so richtig durchsetzen. Also schlage ich vor, wir nennen dieses Gesetz einfach das No-Name-Gesetz. Das ist in der Literatur auch nicht so bekannt, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Okay, schreiben wir uns das kurz auf und wir sind dann im Prinzip schon fertig mit dem Kapitel 6. Ein paar Notizen habe ich noch dazu, so eher historischer Art, die allerdings auch ganz interessant sind. Also das Magnetfeld, Kapitel 6. Das Magnetfeld. Also es gibt also erstens, es gibt positive und negative magnetische Ladungen. und negative magnetische Ladungen. Wir haben also wieder so eine Polarität, wie wir sie im elektrischen Fall gehabt haben. Man nennt sie Nord- und Südpol und nicht positiv oder negativ. Also man macht das also nicht so wie im elektrischen Fall. Und warum nennt man sie Nord- und Südpol? Naja, weil man eben festgestellt hat, hat das die Erde auch ein Magnetfeld hat und so hat sich das eben etabliert. Also diese Polarität, das war ein zentraler Begriff in der Wissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert. Insbesondere in der Naturphilosophie hat es also eine große Rolle gespielt. Goethe, Goethe, das gesamte Farbenlehre, die war auf dem Begriff Polarität aufgebaut. Und es war deswegen auch der Gedanke an die Polarität, die Ritter zur Entdeckung des UV-Lichtes geführt hat. Vorangegangen war nämlich, dass Herschel in England die Infrarotstrahlung entdeckt hat. Und da hat man den Gegenpol sozusagen gesucht. Und den hat Ritter gefunden. Da fragt sich, wäre bei der letzten Umfrage dann nicht jede Antwort richtig gewesen? Also, ach ja, so könnte man das eigentlich auch sehen. Null mal vier ist auch null. Also das ist also hier die Frage. Okay, also, ja, vielleicht, ja. Also wahrscheinlich kann man so sehen. Ich müsste mir die Formulierung nochmal genau anschauen. Jedenfalls ist es klar, dass der magnetische Fluss gleich null ist. Also es gibt positive und negative magnetische Ladungen. Man nennt sie Nord- und Südpol. Sie treten stets nur paarweise auf. Nur paarweise. Magnetische Monopole wurden nicht beobachtet. Magnetische Monopole wurden bislang nicht beobachtet. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Die Folge ist also, daraus folgt, dass in einer, ja, in einer geschlossenen Oberfläche, Oberfläche, also in so einer Gaussfläche, werden stets genauso viele positive und negative magnetische Ladungen sich befinden, werden stets genauso viele Nord- und Südpole vorgefunden. Und das bedeutet, dass der magnetische Fluss durch die geschlossene Oberfläche, durch eine geschlossene Oberfläche, der ist gleich null. oder anders ausgedrückt oder symbolisch hingeschrieben, das ist gleich null. Und wie gesagt, ich bezeichne das als das No-Name-Gesetz. ein pharadaisches Gesetz. Ja, noch ein paar Bemerkungen. Also die alten Griechen, die hatten also auch natürlich naturphilosophische Vorstellungen, die haben gedacht, dass die magnetische Kraft da sehen Sie also wieder so eine Idee, Kraft, dass die was von was Belebten ausgeht. Die haben das also als die Seele von so einem Mineral betrachtet. Und hier sind ein paar Zitate dazu. Der Name, der kommt wahrscheinlich von dieser Region in Kleinasien, Magnesia. Und es hat allerdings bemerkenswerterweise sehr lange gedauert, bis tatsächlich ein Name für das Mineral eingeführt worden ist. Und es war der österreichische Wilhelm Ritter von Heidinger, der für dieses Eisenoxid-Mineral den Namen Magnetit eingeführt hat. Hier sehen Sie also nochmal einen Stein, der hier ist schön poliert worden, dann schaut er schon hübscher aus, obwohl ich finde das Glitzern hier auch hübsch. Also so hat man also diese, so sind also diese Begriffe hier eingeführt worden. Hier sehen Sie einen bedeutenden chinesischen Wissenschaftler in unserem Kulturkreis natürlich so gut wie unbekannt, aber das war derjenige, der entdeckt hat, dass der magnetische Nordpol und der und der eigentliche Nordpol, also der astronomische Nordpol, die Erdachse, dass die nicht genau zusammenfallen. Und es waren auch die Chinesen, die zuerst magnetische Effekte verwendet haben zur Navigation. Und die haben also da was verwendet, was also Südstein hieß das Ganze, also wenn man das so macht, wie das hier aufgezeichnet ist, so eine Untersetzer-Schale mit Wasser und dann ein Brettchen drauf und dann den Magnetstein, einen Magnetstein fixiert, also sowas wie hier, dann richtet sich das Ding nach Süden aus. Ich verstehe nicht genau, warum das so ist, aber so sollte es sein, ich habe es auch selber noch nicht ausprobiert. In Europa war das Ganze, ja, hat die Wissenschaft über den Magnetismus im Mittelalter begonnen, im angeblich so dunklen Mittelalter, immer verbunden mit den Klöstern und es war eben Petrus Peregrinus de Maricure und vorher Alexander Nekam, die die Polarität der Magneten zumindest in Europa zuerst entdeckt haben und die Grundlagen für den Kompass gelegt haben. Also manche spekulieren, dass es also Petrus Peregrinus war, der den Kompass sozusagen erfunden hat. Andere glauben, dass die Windrose, die ja auch ein essentieller Bestandteil eines modernen Kompass ist, den die Chinesen also so offensichtlich noch nicht erfunden haben, dass ja, also dieses sogenannte Trockenkompass, der im Gegensatz zu der chinesischen Version eben nicht auf Wasser schwimmt, also so typisch. Sie haben also den Magneten, der auf einer Nadel gelagert ist, das geht also auf Marie-Cur zurück und die Kombination mit einer Windrose, da glaubt man, dass das in der italienischen Stadt Amalfi und von diesem Seefahrer, von dem man nicht mal weiß, ob es ihn wirklich gegeben hat, jedenfalls glaubt man, dass die Erfindung des Kompass mit Windrose auf die Seefahrerstadt Amalfi zurückgeht. Muss eine sehr schöne Stadt sein, wenn Corona vorbei ist und sich die Gelegenheit ergibt, ich habe das ja schon lange vor, da mal hinzufahren. Später war es dann in der Neuzeit, da war es dann Gilbert, das Gilbert'sche Visorium, das hatte ich schon mal hier erwähnt. Sie sehen also hier Gilbert, wie er Queen Victoria, glaube ich war es, vorführt, magnetische Effekte und der Gilbert, der war es auch, der die moderne Physik in dem Sinne mitbegründet hat, als er das Primat des Experiments etabliert hat. Er hat so einige Missverständnisse, die sich in der Zeit zwischen Peregrinos und Gilbert angesammelt hatten, nämlich, dass man den Magnetismus beseitigen könnte, indem man den Magneten mit Knoblauch reibt und solche Geschichten, die hatten sich da etabliert, indem er die aus dem Weg geräumt hat und auch das Erdmagnetfeld genauer untersucht hat, also Inklination, also die Tatsache, dass die Magnetfeldlinien, dass die schräg in die Erde dringen, zumindest in unseren Breiten, das hat er eben auch herausgefunden. Ja, schließlich noch was zu den magnetischen Monopolen. Ich habe gesagt, das ist ein experimentelles Faktum und es ist natürlich nur so lange ein experimentelles Faktum, bis vielleicht jemand einen magnetischen Monopol entdeckt und so ein magnetischer Monopol wäre durchaus etwas sehr Attraktives, denn damit könnte man, das hat Dirac herausgefunden, damit könnte man sehr leicht erklären, warum die elektrische Ladung und auch die magnetische Ladung, also wenn man so ein Monopol hätte, warum die gequandelt ist. Was heißt Primat des Experiments? Das heißt, der Vorrang des Experiments vor irgendwelchen philosophischen Gedanken. Ein Beispiel dazu, es war Hegel, ein Philosoph, der auch hier in Jena gewirkt hat und als bedeutender Philosoph gilt, der hat in seinen Vorlesungen bewiesen, dass es genau sieben Planeten gibt. Das war also noch lange nach Gilbert und irgendwann zu seinen Lebenszeiten hat Herschel Uranus entdeckt. Da waren es also dann nicht mehr sieben und da hat jemand vorlauter Student, ein frecher Student hat ihn gefragt, Herr Hegel, was machen Sie denn jetzt? Der hat es sicher freundlicher formuliert und mit aller Demut und so weiter und so fort, wie es sich damals gehört hat. Und was hat Hegel geantwortet? Umso schlimmer für die Wirklichkeit. also das Primat des Experiments, das war lange umstritten. Es gab also auch den Primat des menschlichen Geistes hier. Die Suche nach magnetischen Monopolen, das sehen Sie hier dargestellt, da habe ich anscheinend in meiner, ja, was Sie hier sehen, ist ein berühmtes japanisches Experiment. Super Kamiokande heißt dieses Teil. Es gab also vorher eine kleinere Version davon. Was das ist, ist letztendlich ein riesiger Wassertank, 40 Meter hoch, 40 Meter im Durchmesser oder so, gefüllt mit höchst reinem Wasser. Und die Idee ist, wenn da ein, dafür ist es ursprünglich gebaut worden, wenn da ein Neutrino eintrifft und da eine entsprechende, da treffen viele Neutrino sein, also Milliarden und Abermilliarden Neutrinos pro Sekunde. Aber nachdem der Wechselwirkungsquerschnitt nur sehr klein ist, findet nur ab und zu eine Kernreaktion statt. Und wenn so eine Kernreaktion da stattfindet, dann werden geladene Teilchen in Überlichtgeschwindigkeit, also zumindest, also Wasser ist ja nicht Vakuum, also in einer Geschwindigkeit, die im Wasser mehr als die Lichtgeschwindigkeit ist und dann wird so etwas wie ein Überschallknall, also das elektromagnetische Analogon ausgesandt, es wird also Licht ausgesandt und darüber kann man diese Neutrino-Reaktion nachweisen. Also dieses Experiment ist hauptsächlich für die Neutrino-Physik gebaut worden und es gab also auch einen Nobelpreis, da die Neutrino-Oszillationen darüber entdeckt worden sind, aber dieses Experiment hat sozusagen einen Nebenjob, da ging es also darum, ist das Proton stabil oder eben die Frage, gibt es magnetische Monopole oder noch eine ganze Reihe anderer Fragen werden also damit untersucht und wie gesagt, für die Neutrino-Physik hat dieses Experiment bedeutende Ergebnisse erbracht. Wie ist es aufgebaut? Ich habe schon gesagt, dass es ein Haufen Wasser ist, also 40 Meter hoch und 40 Meter im Durchmesser können Sie sich ausrechnen, wie viele Kubikmeter höchst reines Wasser da drin sind und wie detektiert man das Licht? Das macht man mit Photomultiplier-Röhren und die Firma Hamamatsu, die hat da spezielle Photomultiplier-Röhren also mit einem ganz großen Durchmesser wird hier von einer Mitarbeiterin von Hamamatsu gezeigt. Da sehen Sie also wie groß diese Röhren sind und die gleiten also die gesamte Wand und also auch den Boden von diesem riesen Wassertank auf und hier sehen Sie also ein Bild von all diesen Photomultiplier-Röhren schaut also wunderschön aus, finde ich. also die ganze Wand hier bedeckt mit Hunderten und Hunderten von Photomultiplier-Röhren und hier sehen Sie Wissenschaftler auf ein Schlauchboot, die diese Röhren inspizieren. Tatsächlich ist es in der Anfangszeit von Super Kamiokante zu einem schlimmen Unfall gekommen, der andererseits auch wieder irgendwie fast schon lustig ist. Eine dieser Röhren ist implotiert, kann ja immer mal passieren, da ist ja Vakuum drin und diese riesen Röhre, die hat natürlich eine größere Menge von Vakuum sozusagen, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt. Die ist also implodiert und es gibt natürlich bei dieser großen Menge, bei diesem großen Volumen, evakuierten Volumens, gibt es dann, wenn das unter Wasser passiert, gibt es natürlich eine entsprechende Schockwelle, die dazu geführt hat, dass also eine ganze Reihe von anderen Röhren hier ebenfalls zerstört worden sind. Und da können Sie sich vorstellen, was das für ein Riesenschaden war, denn die Firma Hamamatsu stellt diese Röhren eigens für dieses Experiment her. Und es hat dann Jahre gedauert, bis man Ersatz geliefert war, bis also der Super Cameo Kante wieder gelaufen ist. Also Super Cameo Kante ist natürlich auch das ideale Instrument, um eine Supernova, die in nicht allzu großer Entfernung stattfindet. Ich denke, der Vorläufer von Super Cameo Kante war es auch, der die Supernova, die berühmte Supernova von 1987 detektiert hat. Da gab es also einen Riesenstrom von Neutrinos, von dieser Supernova und die kann also mit solchen Detektoren praktisch in Echtzeit detektiert werden. Während die anderen berühmten Super Events, die heutzutage mit Gravitationswellendetektoren detektiert werden können, die können ja so weit weg sein, dass die Neutrino, dass der Neutrino-Fluss da so weit verdünnt ist, dass er nicht mehr oder praktisch nicht mehr mit Instrumenten wie Super Cameo Kante detektierbar ist. Es gibt diese Art von Experimenten hochinteressant, es gibt eine Reihe von weiteren Neutrino-Experimenten, zum Beispiel gab es mal dieses Galax-Experiment ebenfalls in einem Berg, also irgendwo tief in einem Berg vergraben. Sie müssen das gegen die Höhenstrahlung abschirmen, das ist auch bei Super Cameo Kante so, dass das in einem Bergwerk, ich glaube in einem ehemaligen Bergwerk aufgebaut ist. Und da hat man sich die Frage gestellt, wie die Kernfusion in der Sonne wirklich im Detail läuft. Und da hat man versucht die Neutrinos zu messen und hat herausgefunden, dass da nicht so viele Neutrinos ankommen, wie man auf Grundlage der Kernphysik erwartet hätte. Und dann gab es Spekulationen, dass die Neutrinos werden sie von der Sonne zur Erde gehen, dass die da möglicherweise ihre Natur ändern. Es gibt also drei Sortenvollen Neutrinos, drei Flavors, dass die also da ihre Natur ändern und deswegen eben nicht mehr mit diesem damals Galax Detektor detektierbar sind. Und das hat sich also tatsächlich als wahr herausgestellt. Und das war also ein Durchbruch in der Neutrinophysik, denn damit war bewiesen, dass die Neutrino eine Masse haben, eine von null verschiedene Masse haben. Okay, aber damit haben wir es wirklich geschafft, dieses Kapitel. Wir sind fast durch mit der Zeit, glaube ich, zehn Minuten haben wir noch. Da kann ich also mit dem nächsten Kapitel anfangen. Und zwar ein Experiment, das wir uns dann im Folgenden genauer, ja, also in den nächsten Vorlesungsstunden dann genauer anschauen müssen. Was wir hier haben, ist ein, ja, ist eine Apparatur, die Sie so noch nicht verstehen können, aber ich will einfach mal zeigen, experimentelle Evidenz, dass dieses Spulenpaar, man nennt es auch Helmholtz-Spulen nach dem Erfinder, dass dieses Spulenpaar, dass das ein Magnetfeld erzeugt. Wenn wir also einfach mal den Strom einschalten, ja, dann, ja, zuerst mal mit der Magnetnadel, wenn wir einfach den Strom einschalten, dann sehen wir, dass sich also diese Magnetnadel hier sehr schnell hier ausrichtet. Ja, also die hat sich also, ja, ich kann die also nochmal versuchen hier abzulenken da, ja, also die, es ist ganz klar, wir haben also hier den Nordpol, der in meine Richtung zeigt, würden wir das Ganze umpolen, dann, dann würde die sich ja in die andere Richtung zeigen. So, jetzt ist das Hübsche an diesem Helmholtz-Spulenpaar, dass es ein homogenes Magnetfeld erzeugt. und das können wir hier mit dieser Tesla-Sonde zeigen, ja, also zumindest so ungefähr zeigen, wenn wir das also einschalten, das ist also zunächst mal auf Null abgeglichen und jetzt wird also hier eingeschalten und dann messen wir da, was habe ich gesagt, Tesla-Sonde, Hall-Sonde wollte ich sagen, ja, also mit dieser Hall-Sonde sehen Sie hier, dass das Magnetfeld, ja, also ich kann das hier in alle Richtungen bewegen, diese Sonde, wenn ich zu weit rausgehe, das Ding könnte möglicherweise aus Ferromagneten bestehen, ja, also da ändert sich nicht viel, also das ist zumindest ungefähr, haben wir hier ein haben wir hier ein homogenes Magnetfeld, und dieses homogene Magnetfeld ist wichtig für dieses nächste Kapitel, ich glaube Kapitel 7 ist das dann, denn im Kapitel 7 da geht es da drum, was bewegte Ladungen im Magnetfeld machen, ja, also bisher haben wir das ganze Jahr, bisher haben wir elektrisches Feld und elektrische Ladungen behandelt und wir haben magnetisches Feld und, naja, magnetische Ladungen, also Nord- und Südpol haben wir bisher behandelt und im Wesentlichen gesehen, dass der Nordpol den Südpol anzieht, genauso wie positive elektrische Ladungen die negativen anziehen, also bisher war das Ganze wohlgetrennt und jetzt wollen wir das Ganze eben zusammenführen und uns anschauen, was passiert, wenn wir elektrische Ladungen in einem Magnetfeld haben und dazu haben wir diese sogenannte Fadenstrahlröhre Tja, können wir das noch ein bisschen entwürren So, das ist ein evakuierter Glaszylinder und da kommt aus einer Elektronenkanone kommt da ein Elektronenstrahl raus. Wir werden jetzt gleich mal abdunkeln und damit wir diesen Elektronenstrahl auch sehen. Warum kann man den Elektronenstrahl sehen? Den kann man deswegen sehen, weil der Glaskolben eben doch nicht ganz leer ist, sondern der ist mit Restgas gefüllt und Sie sehen also hier diesen orangenen Strahl und offensichtlich haben wir hier ist es so, dass der Elektronenstrahl, der hier rauskommt, dass der ich denke, das sind Natriumatome, die da drin sind, dass der die anregt und die deswegen leuchten, also hier in diesem typischen orangenen Licht und Sie sehen, die kommen also hier offensichtlich mit einer Geschwindigkeit, gewissen Geschwindigkeit raus und werden im Magnetfeld, wird es also hier abgelenkt. Wir können das Magnetfeld nochmal ausschalten, damit wir auch wirklich sehen, dass es das Magnetfeld war, das dafür verantwortlich ist, also der geht kerzengerade hier raus, wir können also auch nochmal so einen Stabmagneten uns kurz besorgen und das Ganze also versuchen mit dem Magneten hier abzulenken, das funktioniert also auch wunderbar, also offensichtlich, wir haben hier Elektronen mit einer gewissen Geschwindigkeit und je nachdem, wie die hier durchfliegen, also schalten wir es wieder ein, das Magnetfeld, je nachdem, wie die hier durchfliegen, gibt es offensichtlich eine Kraft auf die Elektronen, auf die geladenen Teilchen und wir können hier schon was sagen, wir sehen, dass das hier zu einem Kreis geworden ist, das heißt also offensichtlich steht die Kraft senkrecht auf der Geschwindigkeit, sonst würde das ja nicht zu einem Kreis abgelenkt und was wir auch wissen ist, dass das Magnetfeld hier in diese Richtung geht, also hier zu diesen Spulenachsen in diese Richtung geht also das Magnetfeld. Wenn ich die Geschwindigkeit parallel zum Magnetfeld ausrichte, dann sehen Sie, dann passiert von der Ablenkung hier überhaupt nichts. Also das ist das zweite Faktum. Das Magnetfeld lenkt die Ladungen ab, aber es lenkt die Ladungen nur ab, wenn die Geschwindigkeit nicht parallel zum Magnetfeld ist. Das können wir auch nochmal so drehen, das Ganze, das ist wirklich hübsch, dieses Experiment. Wir können das auch hier schicke es nach oben, die Elektronen, die sind nach wie vor senkrecht zum Magnetfeld. Ob ich das so oder so halte, das macht keinen Unterschied. Wir sehen also, da wirkt offensichtlich eine Kraft. In welche Richtung wirkt die Kraft eigentlich? Machen wir mal das Licht an, damit man das sieht, was ich versuchen will zu zeigen. Also wir haben gesehen, das Magnetfeld geht in diese Richtung, die Geschwindigkeit der Elektronen geht in diese Richtung, die Elektronen die werden nach oben abgelenkt, das heißt also die Kraft die steht da ebenfalls auf beiden. Also Geschwindigkeit in die Richtung, Magnetfeld in die Richtung und die Kraft die ging nach oben, sind die also nach oben abgelenkt worden. wie dann so nach dem Viertelkreis ging dann die Geschwindigkeit nach oben, also Geschwindigkeit ging nach oben, Magnetfeld ging in die Richtung und die Kraft ging dann in die Richtung. Also wir haben drei Vektoren, die senkrecht aufeinander stehen. Ja, das stinkt verdächtig nach einem Kreuzprodukt. Ja, und das ist also auch das, was wir demnächst also was wir uns dann aufschreiben. Noch eine Geschichte könnten wir hier anschauen. Wenn wir noch mal abdunkeln, dann könnten wir das Magnetfeld stärker und schwächer machen. Also Sie sehen hier diese Kreisbahn und wenn wir jetzt das Magnetfeld stärker oder schwächer machen, indem wir hier den Strom stärker oder schwächer aufdrehen, also derzeit ist er stärker, wir schicken einen stärkeren Strom durch, dann können wir also diesen Effekt zeigen. Ja, sehr schön, dass das Magnetfeld tatsächlich stärker und schwächer geworden ist, das können wir wiederum mit der Hall Sonde zeigen. Also wir könnten das also dann auch durchaus quantitativ machen, wir würden sehen, dass die Kraft proportional ist zum Magnetfeld. Was noch bliebe, wäre festzustellen, wie es mit der Geschwindigkeit ausschaut. Dazu müssten wir also die Geschwindigkeit dieser Elektronen ändern, dadurch, dass wir die Beschleunigungsspannung zwischen diesen Elektroden, die da eingebaut sind, dass wir die ändern. Das macht also Frau Richter hier jetzt auch. Auch das funktioniert und wir würden sehen, dass die Kraft proportional ist zur Geschwindigkeit. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Kraft Okay. Jo, das ist doch eine ganze Menge von experimentellen Fakten, die wir hier mit diesem hübschen Experiment gefunden haben. Ich fürchte nur, dass uns die Zeit fehlt, um das noch aufzuschreiben. Wir setzen unsere Diskussion also am nächsten Donnerstag fort, genau an diesem Punkt, dass wir dieses Experiment noch mal kurz rekapitulieren. und dann ein Naturgesetz auf der Grundlage dieser Beobachtungen uns überlegen. Das ist die sogenannte Lorenzkraft, die wir hier live gesehen haben. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, wenn Sie mögen, heute Abend im Tutorium, da können wir dann alle verbliebenen und neu entstandenen Fragen gerne diskutieren und auch sonst jeden Smalltalk, den Sie wünschen, zusammen haben. Also bis dahin und ansonsten eben bis Donnerstag. Deine den exclusively Deine Bis zum nächsten Mal.